Alright, jetzt machen wir das Dessert. Wir brauchen eine Banane, Naturjoghurt und Jockey-Creme und ein bisschen Zucker. Banane mit einer Gabel schön vermieseln. Die, die Papi oder Mami sind, wissen das, das ist gut für die Babys. Okay, ein bisschen Naturjoghurt rein. Zucker drüber. Ein bisschen Jockey-Creme. Das reicht. Das ist alles, was es braucht. Das nennt sich Jockey-Banane. Okay, danke. Danke. Danke.